Liebe Freunde, Bobby und ich sind so dankbar für Sie. Heute möchten wir Sie daran erinnern, dass Gott auf Ihrer Seite steht. Er ist für Sie und er ist Ihre Basis und Ihr Fundament. Durch ihn können Sie den guten und den schlechten Dingen in Ihrem Leben gegenübertreten. Sie sind geliebt. Diesen Sommer wollen wir gemeinsam Gott suchen und ihn als unseren Anker erleben. Er ist Ihre Festung und Ihr Fundament. Ihre Kraft kommt allein von Gott. Wenn Sie Ihr Leben darauf ausrichten, ein Licht der Welt zu sein und Menschen zu helfen, werden Sie spüren, wie Gott durch Sie fließt. Sie werden neue Stärke bekommen. Beankern Sie sich in Gott und Sie werden Ruhe finden. Im Brief an die Philipper Kapitel 4 Vers 6 steht, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Fürchte dich nicht, denn Herr, dein Gott ist bei dir. Liebe Freunde, Gott wird Ihnen Hoffnung in schwierigen Zeiten geben und Sie werden Ihre Ängste überwinden. Er ist auf Ihrer Seite, also verankern Sie sich in Gott. Dies ist die Hoffnung des Evangeliums und es ist die Botschaft, die jeder Mensch braucht. Wir können diese Botschaft nur mit Ihrer Hilfe durch unsere Gottesdienste von Hour of Power verbreiten. Wir verlassen uns nicht nur auf Ihre Gebete, sondern auch auf Ihre finanzielle Unterstützung. Unser Ziel ist es, in den nächsten vier Monaten tausend Freunde zu finden, die jeweils 100 Euro spenden. Wenn Sie sich entscheiden, uns auf diese Weise zu unterstützen, werden Ihre Spenden mit dem Vermerk, verankert in Gott, as Hour of Power ermöglichen, Gottes unerschütterliche Liebe Ihnen und Millionen anderen Menschen weiterhin zu verkünden. Wir sind unglaublich dankbar für Ihre Unterstützung und beten ständig für Sie. Vielen Dank und denken Sie daran, Gott liebt Sie und wir auch.